So, back for Wip and Tear. Okidoki. Ähm, ja. So. Level 5. Was kam jetzt eigentlich? Ähm, ach, wir werden sehen. Hm, hm. Da gibt es eine Fehlermelange hier. No Exist Victree. Was? Du kannst keine Wäume pflanzen? Ach, da würde ich aber den Naturschutz erfreuen. So. Ok. Alter, wieso fliegt ich immer mit so einer komischen Pameraposition? Das ist ja schon irritierend. Ach, den Level. Ok. Hallo. Boah, Alter. Junge. Hopf. Oh, blablabla. Hopf vor Wiesel rum. Er könnte das was bringen, oder? So. Da haben wir einfach Out. Der hat gekochen. Junge, was war denn hier? Ach, super. Das war schon hart schlecht. Die schießen sich ja auch gegenseitig über den Haufen. Oh, ich bin ein paar Wien. Hehehe. Hehehe. Oh, so. Hava... 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 Hava hava, ne? Denk ich jetzt mal ruf. Okay. Daft. 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 Who is it then? Holy shit. Is this thing I need to do? That make no sense. Come here. Okay. Danke für, danke für. Ah. Bullshit. Gott. Das ist ein hart deprimierend. Komm her. Oh, Alter. Was sind wir los? Goddammit. Nein, das wollte ich nicht. Alter, komm lecker. So. Jetzt hier. Holy shit. Ich dachte gerade, ich soll nicht hier bezoffen oder sowas. Kriege ich hier nicht mal mehr eine Waffe ausgewählt. Okay, dazu. Warte. Warte. So. Kriege ich mal schnell was. Mach gleich mal Waffencheck. Äh, das sieht gut aus. Äh. Mhm. Mhm. Ja. That makes sense. Also, das Raketen an hier sieht nicht nur ganz so gut aus. Oh. Danke. Reicht das mal. Dankeschön. 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 Oh, ich bin ja gleich mal hier. Komm jetzt. Ich hab mich jetzt aber schon da leider. Das haben wir. Daher haben wir. Daher haben wir. Komm schon hier. Hallo. Du bist du gut aus? Nein. Danke schön. Sorgen wir sind. Danke schön. Danke schön. Das klappt nicht. Ich habe es nicht. Ich hab es nicht den Siegel. Oh, 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 oh. So, ach so, mach mal nicht vergessen, das sieht schon mal gut aus, so, scheiße, alter, das ist ein Bild, da, ne war das, ne war das, ne war das, ne war das. Gut, dann gehen wir mal hier rein, aha, das sieht ja, so, sieht das ein bisschen besser aus, wenn die auf Betten stehen. Ich meine, für das Spiel macht sie sich jetzt ein bisschen schwieriger. Zumal mir auch aufgefallen ist, dass ich zwar die Viecher kaum sehe, die mich aber wahrscheinlich gut sehen. Und wie es aussieht, können die auch nicht gegen Dinger zu schießen. Ich dachte, es ist fair. Waaaaat, der Boss! Und zu mir! Oh, scheiße! Das ist Bullshit! Okay! Ich glaube, wir brauchen Hearth Pack. Sonst liege ich hier gleich im... ähm... ja... ...im Sterben. So! Sehr gut! Danke schön! Ah ja! So! Dann wollen wir mal wieder hier... ähm... Ah, das hat doch gut aus! Danke schön! So! war schon nicht schlecht so mhm jetzt müssen wir so weit die Schweiß hier rein gut mal drüber oh shit so gut von denen haben wir jetzt sehr viel Munition hier von daher kann ich das auch gleich mal nutzen ein bisschen Kreuzfeuer eröffnen kürze kürze hehehehe kürze kürze das mag ich schon mal nicht dankeschön dankeschön da leitet man schon unglaublich gute Arbeit und dann kriegt man nicht mal Boni okay zu an ja kürzer kürze Nein! Folter, 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 folter! Holy crap, ich hab noch elf Leben! Oh, ich hab ein Boot! Holy fuck! Shit! Okay. Komm her, komm her, komm her! Oh Gott, wie immer rumhopst du denn? Was ist das? Gut. Alter, ich trau mich nicht zu speichern, mit 6% Leben speichert man nicht. Das hat mich mir selbst beigebracht. Das hat eine Katastrophe. Das gibt's eine ganz große Katastrophe. Oh Gott. Gibt's immer irgendwelche guten Waffen? Gute Waffen? Gute Waffen? Nein. Keine Upgrades, kein nichts, kein gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ah, ist das Bullshit. Ach ja, Quatsch. Ich bin ja hier Proto-Doom. Nicht Bullshit-Protality. Okay. Ach du, nein, ich bin raus, ich bin... Tschüss! Fuck! 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 Ich könnte ja wieder komplett vergessen. War gut. Ähm, nein, wir... Eher so ein bisschen Mission ein. So, komm her. So, da haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und alles nur noch so ein bisschen... Ach, hier brauche ich ein bisschen länger. Gut. Hätte, also ich kann mich mit der was ein bisschen austoben. Also ich hätte gerne mal, äh, Autoschutz dann. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich speichere mal ganz kurz. So, A, D, F, A. Also es gibt so ein paar Keys, die könnt ihr immer... Also ein paar Sheets, die könnt ihr direkt in die Tastatur eingeben. Zum Beispiel wenn ihr I, D, F, A drückt. Dann bekommt ihr halt alle Waffen. Und dann müsst ihr mal ganz kurz gucken. Doch, gibt's. Hier, das sind die Autoshotgun. Die AA-12, also AA-12 geschrieben. Also AA-12 geschrieben. 12 ist ja kein... Ey, Mist. Oh. Schade, dass die hier nicht dabei ist. Oder wie sehe ich die gerade nur? Ah, Bullshit. Bullshit. Gut. Okay, wir haben die rote Karte. Können wir also hier rein? Äh, ja komm. Das macht gerade Sinn. Das macht gerade Sinn. Das macht gerade Sinn. Dichersthalber hier ein bisschen, ähm, auf, äh, Gesundheit zu gehen. Oh, Alter. What the fuck? Seid ihr... Alter. Ja. Meiner... Ja, ich weiß gar nicht, wo jetzt was ist. Also ich hab die gesamte... Uch. Na, guck mal, Alter. Jetzt. Holy moly. Na, komm mal her. Also diese Lost Souls, die... Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige. Aber... Ein Mensch, der die Viecher nicht hasst, ist kein Mensch mehr. Ja? Das ist die neue Funktion laut Wikipedia. Ein Mensch ist ein Individuum, das Lost Souls hasst. Ah, jetzt hab ich mal weg, wenn ich den manchmal ein bisschen besser... Ähm, ähm, ähm... Na komm ihr... Na, hallo, wo schieß ich eigentlich hin? God the Dammit. Ähm... Ja, gut. Ich hab nur noch... Alter, ich hab... Nein! Da oben ist ein bisschen Herz. So, like Herz nahm Flügel. Ach, scheiße. Also, das Level hier ist wirklich überall eine Kunst. Egal, ob man jetzt, äh... Doom vor Doom spielt. Oder Spudel Doom. Oder... Stubidum. Ach, komm mal her. Komm her, du Sackgesicht. Los. Aber hallo? Was ist denn los? Habst du keine Ehre mehr? Ah, geht doch. Ah. Ich schätze mal, das war auf der Seite. So, gehen wir nochmal ganz kurz hier. Mal komm herüber. Und sprechen mal ganz kurz. Wir sind nämlich, was das Leben angeht. Äh... Naja. Ich sag jetzt mal ganz schön wie dir. So, das haben wir. Oh. Sorry, aber ich hab dich grad nicht verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? Hm, versteh ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was mir diese Individuen sagen wollen. Danke. Hä, hä, hä. Äh... Äh... So, da ist das erste Mal. Komm jetzt. Ach so. So. Oh, Alter. Was ist jetzt viel los? Wie doch. So. Waffen checkt. Vielleicht kommen nämlich wieder diese Revenants und da hätte ich doch... Aha, okay, gut, die sieht auch gut aus, ja, reicht, könnte eigentlich sogar für die Revenants reichen, oder ich erlege die Revenants mit den Revenants Waffen, ach komm, ganz ehrlich, glaub ich nicht mehr fast hier, ja komm, ich glaub das macht Sinn, so, gut, dann, So, und jetzt wird es heftig. Wow. Ach, Bullshit, ach, Bullshit, that is Bullshit, that is Bullshit, 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 Bullshit. Gut, das hat so nicht geklappt. Ähm, gut. Gut. Dann Einzelabfertigung. Bullshit. Dann Einzelabfertigung. Bullshit. Jawoll, alle zerstört. Wow. Und das sind grad mal zwei Raketen, das geht eigentlich. So können wir bleiben. Gut. Dann lade ich nochmal ganz schnell meine Munition auf und dann... Äh, ja. Wie machst du das, soweit ich denn hier will? Oh, trotzdem sind wir schon voll. Mann, wie sehr ich das hasse, dass das hier... Mann, wie gibt's echt wirklich nirgendwo diese komischen Autoschartgangs. Das ist voll unfair. Ja. Oh, das sind schon viele Raketen. Ja. So, da sind wir voll, da sind wir auch voll. Mehr gibt's hier auch nicht. Und hier gibt's noch so viele Waffen. Die haben wir auch schon. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt mit dem jetzt durch. Dann nehmen wir mal die Waffe. Na komm. Komm, 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 kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Bam. So. Na komm. Oh. Speisern. Okidoki. Ok. Dann würde ich mal so rum. Das war's mit Level 4. Äh, Quatsch. Level 5. Ja genau. So. Na dann. Bis gleich. Bis gleich.